Herzlich willkommen beim nettesten Meinungsblogger der Welt und auch herzlich willkommen zu der täglichen Dosis Trashy. Gibt es täglich neue Videos zu trashigen Themen und diesmal geht es um das Dschungelcamp und meine Prognose. Das Dschungelcamp 2022 ist ja in aller Munde und ich hoffe auf eine sehr, sehr coole Staffel. Ich bin auch sehr gespannt, ob mir jetzt Südafrika besser gefällt oder eher Australien. Ich bin ja so ein Gewohnheitstier und ich habe ein bisschen Angst, dass mir das nicht so gut gefällt, denn ich habe schon erste Bilder vom Camp gesehen und ich fand das irgendwie sehr studiomäßig. Aber wie gesagt, wir müssen froh sein, dass jetzt überhaupt das irgendwie möglich ist. Wie gesagt, einige Kandidaten konnten ja schon nicht mitmachen. Und wenn euch auch interessiert, wie die Gagen so waren, dann schaut mal auf meinem Hauptkanal vorbei. Das wird sich lohnen. Da habe ich schon ein Video hochgeladen, wo es darum geht, wie hoch die Gagen sind. Und in dieser Folge geht es jetzt hier oder in diesem Video geht es hier darum, wie meine Prognose für das Dschungelcamp ist. Wer da gute Chancen hat und wer nicht. Und vor dem Camp ist es ja immer ein bisschen schwierig zu sagen. Aber ich halte es durchaus jetzt für möglich. Vielleicht schon dem Sieger. Ja, ich sage jetzt einfach mal eine Prognose, wer gewinnen wird. Aber das kommt zum Ende. Also erstmal gehen wir durch. Wer ist denn jetzt alles überhaupt dabei? Okay, Christine, brauchen wir nicht drüber reden, ist weg. Ist für die Sendung vielleicht sogar gar nicht so gut, weil sie wäre definitiv die gewesen, die in die Prüfung gewählt worden wäre. Und ich glaube, sie wird abgelöst durch eine der anderen Ladies oder der Klöckler wird vom Publikum gefordert. Er ist ja auch der mit einer, ich verrate es noch nicht, guckt euch das Gagen-Video an auf dem Hauptkanal. Also wie gesagt, hier soll es jetzt wirklich mal um die Prognose gehen. Und ich könnte mir vorstellen, dass der Klöckler vielleicht auch gefordert wird. Oder die Linda. Das ist immer so die Frage, wer gibt sich wie? Ich finde den Cast dieses Jahr auch nicht sonderlich dolle. Also der Klöckler, okay, aber Lukas Kordales, der jetzt auch gar nicht mitmacht. Also Stand jetzt, vielleicht kommt der doch noch irgendwie durch ein Wunder rein. Aber Stand jetzt sieht es so aus, dass er nicht wegen Corona mitmachen darf. Die Regeln sind in Südafrika auch streng. Und das ist ja vollkommen richtig so. Ja, wenn er positiv ist, dann soll er die anderen ja nicht anstecken. Also von daher habe ich darauf vollstes Verständnis. Und ich habe auch nicht so ganz verstanden, warum jetzt ausgerechnet Lukas Kordales. Also ich finde ihn jetzt nicht sonderlich spannend. Und er ist auch einer der Leute, die eigentlich am meisten Gage bekommen. Und sicherlich hat er einen Bekanntheitsgrad. Der ist ja der Mann von Daniela Katzenberger. Und der ganze Clan ist auf Social Media auch dann oder wäre aktiv geworden. Ja, mit Iris und der ganzen Familie dort. Das wäre natürlich dann auf Instagram gut abgegangen. Aber im Großen und Ganzen fand ich ihn jetzt nicht so spannend. Ich denke aber, dass er da die Leute durchaus überzeugt hätte, für ihn anzurufen. Und ich glaube, der wäre auch relativ weit gekommen. Also wenn der jetzt noch reinkommen sollte, dann könnte ich mir vorstellen, dass er doch noch relativ weit kommt. Aber wie gesagt, es sieht jetzt momentan nicht so aus. Aber man weiß aber, er hat er nie. Wer rückt jetzt für ihn nach? Es wird gemunkelt, dass Cosimo Überraschungskandidat sein könnte. Ich weiß nicht, ob das jetzt stimmt. Ihr könnt es ja mal unten reinschreiben, ob es dann so war. Ergänzt das, wie gesagt, ich habe das Video jetzt hier vorproduziert, bevor die erste Ausstrahlung war. Also es ist jetzt quasi Freitag, kurz vor 17 Uhr, wo dieses Video aufgenommen wird. Und naja, lange Rede, kurzer Sinn. Gehen wir mal die anderen Kandidaten durch. Linda könnte ich mir gut vorstellen, dass die dort rockt. Also von der halte ich eine ganze Menge. Die ist auf jeden Fall unterhaltsam. Wenn die das da richtig nutzt, ist das auf jeden Fall für sie eine Win-Win-Situation. Die könnte dort zu einer der Gewinnerinnen zählen, wenn sie sich gut gibt. Wenn sie dort aneckt, könnte sie auf jeden Fall aber auch eine sein, die sich da anzieckt mit den anderen Kandidaten. Das könnte auf jeden Fall spannend werden. Glöckler wird, denke ich, auch relativ weit kommen. Und zu dem sage ich später noch was. Sonst muss ich sagen, Philipp Pavlovich könnte Publikumsliebling werden. Er ist aber so eine Wundertüte. Also ich finde ihn jetzt nicht so spannend. Der hat aber auch die Dschungelshow gewonnen und sich dadurch ja qualifiziert. Und von daher halte ich das für durchaus möglich. Da sind viele Zuschauer, weil das hatte damals schon ganz gute Quoten, noch im Kopf haben. Und sagen, Mensch, der war damals auch schon ganz lustig und den wähle ich weiter. Ja, ich finde ihn jetzt nicht so spannend. Aber ich denke, der wird da auch relativ weit kommen. Gehen wir da auch mal die anderen durch. An Nuschka Renzi und Linda Huland. Ich muss mir das hier alles im Kopf merken. Mir fallen schon kaum die Namen ein. Die sind ja weg vom Fenster gewesen eigentlich. Ich habe jetzt nicht verstanden, warum RTL die jetzt wieder ausgegraben hat. Genauso wie das Teppichluder. Janina? Wie heißt Janina? Janina Jusofan. Also ich weiß nicht. Die hatte vor 20 Jahren eine Affäre als Teppichluder mit Dieter Bohlen. Das war in den Gazetten. Da kann ich mich als Kind noch dran erinnern. Das ist über 20 Jahre. Ich glaube, das war sogar noch in den 90ern. Also ich weiß nicht, warum man die jetzt nochmal ausgegraben hat. Also wirklich nicht. Das ist mir ein Rätsel. Wie man auf die Idee kommen kann, jetzt ausgerechnet sie jetzt noch zu buchen. Verstehe ich jetzt nicht so ganz, aber gut. Sie können natürlich auch in die Dschungelprüfung gewählt werden. Das kommt auch immer so drauf an, wer ist jetzt in der ersten Folge auffällig und wer nicht. Wer ist zickig? Wer gibt sich blöd? Die werden auch meistens dann rausgewählt. Und wenn die dann abkacken in der ersten Prüfung, dann gibt es ja immer so eigentlich so eine Dauervoting für eine Person. So war das ja in den letzten Jahren. Da fehlt mir aber dieses Jahr so eine klare Zicke. Das könnte Linda sein. Das könnte Janina sein. Das könnte auch eine Anushka Renzi sein. Das könnte aber auch ein Glöckler sein, der für die Zuschauer als interessant gilt dort für die Prüfung. Weil sonst macht das ja wenig Sinn. Dann ist hier noch ein Bodyguard mit dabei. Och Mist, wir müssen mal ganz kurz gucken, wie hieß der denn jetzt nochmal? Peter Eilthoff. Also da muss man auch erstmal auf die Idee kommen. Und wo ich den Namen gerade lese, wo ich aufs Blatt nochmal schummeln musste, Tara Tabitha. Die könnte auch durchaus eine der Leute werden, die in die Dschungelprüfung kommen. Also ich halte das sogar für relativ wahrscheinlich, dass die diese Dauerqueen jetzt wird, wo mir das einfällt. Weil die habe ich bei dem Format Sex on the Beach auch schon eigentlich als relativ merkwürdig empfunden. Aber durchaus könnte sie dort auch für Furore sorgen. Und vielleicht sogar Publikumsliebling werden, wenn die sich auch vollkommen anders zeigt, als man das jetzt denkt. Ich glaube nicht, dass sie das schaffen wird. Aber wer weiß, vielleicht kommt der Wiener Schmäh ganz gut on bei den österreichischen Zuschauern. Als wäre ich wieder erschlagen von euch. Ich habe viele aus Österreich, also Grüße gehen raus. Ja, ansonsten, ich muss immer schmulen. Jetzt wird es schon schwierig. Erik Stehfest ist noch dabei. Und Manuel Flickinger. Erik Stehfest, GZSZ-Star. Auch einer mit einer höheren Gage. Also wie gesagt, schaut euch das Video auf dem Hauptkanal an. Und ja, ein Manuel Flickinger von Prince Charming. Habe ich jetzt nicht gesehen. Könnt ihr unten reinschreiben, was ihr von dem haltet. Könnte natürlich aussehen, dass der auch sich mit den Ladies zickt. Oder dass es da vielleicht spannend wird. Es könnte aber auch sein, dass er so ein Best Friend wird. Man weiß es jetzt nicht. Also ich hoffe halt auf ein Konfliktpotenzial. Eigentlich wäre Christine die Auserwählte für die Prüfung gewesen. Christine hätte sehr viel Watchtime bekommen. Es ist gut, ja, für uns alle, dass sie die Aufmerksamkeit nicht bekommt. Aber es ist durchaus für die Sendung schade. Weil man hätte mehr zu berichten gehabt. Und ich hätte es eigentlich gar nicht schlecht gefunden. Wer wird jetzt gewinnen? Trommelwirbel. Ich denke, Harald Klöckler wird das am Ende gewinnen. Ich glaube, wenn der sich halbwegs cool dort gibt und unaufgeregt, Sprüche klopfen kann er. Er ist der bekannteste dort. Er ist eine Erscheinung. Ob positiv oder negativ, kann man jetzt auslegen, wie man will. Und ich halte die anderen wirklich für zu langweilig. Sicherlich so ein Erik Steefes könnte natürlich auch, wenn er die Prüfung da gut macht. Und da der Kerl schlechthin ist und total charakterlich überzeugt, könnte der, glaube ich, auch gewinnen. Genauso wie so ein Philipp. Aber ich glaube schon, dass der Harald das Ding am Ende nach Hause schaukelt. Das ist jetzt zumindest mein erster Indiz. Vielleicht geht ja auch Harald Klöckler nach der ersten Folge und sagt, ey, das tue ich mir ja nicht an. Aber man weiß es ja nicht. Oder vielleicht ist an manchen auch die Art und Weise dann too much. Aber es haben öfters schon Leute, auch wie Ross Anthony gewonnen oder Olivia Jones. Also das Dschungelcamp-Publikum ist genauso wie meine Community sehr weltoffen. Und ich glaube, dass der sehr beliebt sein wird bei den Zuschauern. Ich glaube, viele werden sagen, ey, der Harald Klöckler bringt da irgendwie noch so ein bisschen Glanz rein. Und ja, das soll es dann gewesen sein. Also das ist jetzt meine Prognose. Wie gesagt, ich habe mir vorgenommen, wirklich fast täglich darüber zu berichten. Ich denke, ich fange dann am Montag, Dienstag damit an. Ich muss aber auch gucken, passiert da jetzt genug? Weil wenn da jetzt nicht genug passiert, dann wird es schwierig. Also helft Veganer auf Instagram und Twitter. Ganz wichtig bei den Videos. Das wäre sehr, sehr cool, wenn ihr dort mir helfen würdet und ja auch mir Sachen schickt. Wenn ja zum Beispiel Daniela Katzenberger sich aufregt über Harald Klöckler und ein Statement raushaut, wie schlimm der doch ist oder keine Ahnung was. Dann ist das sehr interessant und dann könnte man auch darüber berichten, wenn ja zum Beispiel im Dschungelcamp jetzt nicht so viel passiert. Nur als Beispiel. Das ist jetzt fiktiv gewesen, dieses Beispiel. Aber ich denke, ihr habt verstanden, um was es geht. Das wäre auf jeden Fall spannend. Das kommt bei euch, denke ich, auch mal ganz gut an. Und ansonsten soll es das heute gewesen sein. Wir sehen uns dann morgen auch schon wieder auch in Streamingform um 18 Uhr. So schaut ja Ghana auch vorbei bei der täglichen Dosis Trash. Und natürlich auch hier wieder als Video. Also egal, das Ende habe ich jetzt versammelt. Aber egal, wir sehen uns morgen wieder. Bis dann und ciao, ciao.